So meine lieben Freunde, wir haben jetzt ein Besuch und zwar sind Herbert und Melitta da. Die habe ich gestern vom Flughafen abgeholt und heute haben wir, ihr seht es ja selber, das Wetter ist sehr eigenartig. Wir haben keinen blauen Himmel, aber es ist sehr sehr warm und deswegen sagen wir mal, haute Ehre, grüß euch beinahe und fühlt euch wohl bei uns? Die Socken, das ist das Wichtigste, was jetzt an Herbert im Moment bewegt, die sind da unten, die hat meine Göttergattin, das ist die da, gell? Ja, wir haben jetzt den Nachmittag um Kamera 3, wir sind ja im Paradies, das wisst ihr ja sowieso, jetzt haben wir uns einmal überlegt, wir trinken mal ein kleines Gläschen weißen Weine, ja, und da lassen wir uns einfach mal Gurke. Der Herbert, der hat ein bisschen eine Erkältung aus Deutschland mitgebracht, der trinkt ein bisschen klares Wasser, der Fini übrigens auch, gell? Ja Kinder, wir haben im Moment die Kaktusblüte, die perfekte Zeit, Mitte Mai und Peter, Halbkamp Maske, das da oben ist unsere Cumbria, am Wochenende hat man die Transvulcanica, das heißt, das sind die Wahnsinnigen, die über diese Cumbria bis nach Tassacorte laufen. Wir haben einfach eine wunderschöne Zeit im Moment hier, was heißt im Moment eigentlich immer und ja, jetzt haben wir erst einmal Herbert und Melitta begrüßt und werden euch berichten, was die Woche uns bringt. Hamdulillah, Shokran.